Vor mehr als ein Jahr habe ich dieses Video hochgeladen, wo es um die besten Torschützen in ganz Deutschlands ginge. Dieses Video kam bei euch sehr gut an und da die Saison 2021-2022 vorbei ist, wäre es jetzt der perfekte Zeitpunkt, dies nochmal zu wiederholen. In diesem Video geht es um die besten Torschützen aus jeweils jeder deutschen Spielklasse. Von Bundesliga bis Kreisliga, von 1. bis zur 11. Liga. Beginnen wir mit der höchsten deutschen Spielklasse, also die 1. Fußball-Bundesliga. Da ist eigentlich klar, wer die Torjägerkanone gewonnen hat. Dieses Jahr ist es zum wiederholten Mal Robert Lewandowski geworden. Der Pole schoss bei den Bayern insgesamt 35 Tore aus 34 Bundesliga-Partien. Ob bei diesem Sommer die Bayern Richtung Barca oder Chelsea verlassen wird, werden wir in den nächsten Wochen, vielleicht auch Tage sehen. Eventuell war es auch seine letzte Torjägerkanone in der deutschen Fußball-Bundesliga. Gehen wir jetzt eins tiefer an die 2. Fußball-Bundesliga. Dort gewann natürlich, wie kann das anders sein, Simon Terodde zum 4. Mal in seiner Karriere die Torjägerkanone in der 2. Fußball-Bundesliga. Für den FC Schalke 04 macht er in insgesamt 30 Zweitliga-Partien auch 30 Zweitliga-Tore und verhalf den Knappen die Rückkehr in die 1. Fußball-Bundesliga. Auch noch brach Simon Terodde die 153-Tore-Marke von Dieter Schatzschneider und ist damit alleiniger Rekord-Torjäger in der Geschichte der 2. Liga. Jetzt geht es noch eins tiefer in die 3. Liga, die letzte und niedrigste Profiliga Deutschlands. Dort wurde der 29-jährige Marcel Bär von TSV 1860 München Torschützenkönig. Er schoss für die Löwen in 37 Drittliga-Partien insgesamt 21 Drittliga-Tore. Kommen wir jetzt erstmalig in den Amateur-Ligen Deutschlands. Die höchste Amateur-Liga im Land ist natürlich die Regionalliga. In der Regionalliga, also die 4. höchste Spielklasse Deutschlands, wurde Patrick Hopsch von der Spielvereinigung Unterhaching Torschützenkönig. Er schoss für die Hachinger in der Regionalliga Bayern in 37 Viertliga-Partien insgesamt 28 Viertliga-Tore. Damit ist er nicht nur der beste Torschütze in der Regionalliga Bayern, sondern auch in der gesamten Regionalliga. Noch tiefer als 4. kommt die 5. In der 5. höchsten Spielklasse Deutschlands, besser bekannt als die Oberliga, wurde Marcel Platzeck Torschützenkönig. Er schoss für den ehemaligen Zweitligisten 1. FC Bocholt in 29 Oberliga-Partien insgesamt 36 Tore. Auch noch bemerkenswert, auf den dritten Platz steht eine uns heute noch bekannte ehemalige Bundesliga-Legende. Martin Harnik spielt aktuell bei TUS Dassendorf in der Oberliga Hamburg und schoss da in insgesamt 23 Fünftliga-Partien satte 31 Tore. Da hatte ja mal jemand zum Karriereende ein bisschen Langeweile gehabt und kickt einfach mal ein bisschen in der Oberliga. Ja moin. Die 6. Liga, ich meine die heißt Landesliga, zumindest hier in meiner Region in Westfalen. Torschützenkönig wurde hier Janik Michel, der bei FC Holzhausen in 34 Spielen 38 Tore machte. Gehen wir jetzt noch ein zweiter runter in die 7. Liga. Dort haben wir den lieben Martin Raming-Fresen, der in der zweiten Mannschaft von SV Meppen unter Vertrag steht. Anfangs stand er in den Schlagzeilen, als er 30 Tore in nur 15 Liga-Partien schoss. Jetzt, am Ende der Saison, schoss er in nur 31 Spielen 48 Tore. Jetzt geht es in die 8. Liga und jetzt wird es sowas von verrückt. Auf Platz 1 und 2 stehen zwei Spieler mit derselben Anzahl an Toren. Einmal Aschraf Gara Ali von FC Kalbach und Simon Fischer von TSV 1860 Staffelstein. Beide schossen zwar 52 Tore, allerdings machte Gara Ali 31 und Simon Fischer 29 Liga-Partien. Deshalb auch die Torjägerkanone der 8. deutschen Spielklasse an Simon Fischer von TSV 1860 Staffelstein geht. Umso tiefer es geht, umso wilder wird es. Wir sind in der 9. Liga angekommen und dort sind die Zahlen einfach nur heftig. Auf Platz 3 steht Emre Kaleici von TUS Essen-West. Er machte in 19 9. Liga-Partien insgesamt 50 Tore. Noch krasser wird es auf Platz 2. Dort ist der 28-jährige Türke von der 4. Mannschaft des Hamburger Sportvereins. Er machte insgesamt 51 Tore in nur 14 9. Liga-Partien. Einfach nur wild. Dann auf den 1. Platz ist Michael Graul. Er hatte zwar bei SC Friedrich Stahl deutlich mehr Einsätze als die anderen und deshalb auch mehr Tore. Er machte in 28 Partien 58 Treffer. Langsam kommen wir zum Ende. Die 10. Liga ist die 2. Letzte im deutschen Ligasystem und deshalb werden da auch bestimmt sehr sehr viele Tore geschossen. Meine These bestätigt sich, denn auf den 1. Platz ist Alexandra Stoyloff von NK Makedonia Stuttgart. Er schaffte es in 20 Liga-Partien 77 Mal das Tor zu treffen. Damit ist Alexandra der beste, mit Abstand beste männliche Torschütze in ganz Deutschland. Oder zumindest diese Saison. Kommen wir jetzt zur letzten und niedrigsten deutschen Spielklasse. Und zwar die 11. Liga, die auch als Kreisklasse oder als Kreisliga C bekannt ist. Dort ist auf Platz 1 Leon Schwandt, der bei BVH Drosten in der Kreisliga C 64 Tore in nur 23 Liga-Partien machte. Wir sind alle männlichen Fußball-Ligensysteme in Deutschland durchgegangen und natürlich dürfen wir dabei nicht die Frauen vergessen. Die erfolgreichste weibliche Torjägerin ist Maria Aasheimer aus der 7. höchsten Spielklasse des Frauenfußballs. Und geht beim TUS Germania Lohauserholz auf Tore jagt. Sie machte in 28 Spielen insgesamt 79 Treffer und ist damit nicht nur die erfolgreichste Torjägerin im deutschen Frauenfußball, sondern auch allgemein die erfolgreichste im ganzen deutschen Fußball. Sagt mal gerne, ob ihr mal Torschützenkönig wurdet und mit wieviel Toren oder sagt im Allgemeinen, was eure höchste Anzahl an Treffern in einer Saison war. Schreibt alles gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, warum Lionel Messi mal ein Spiel für Adetico Madrid absolviert hat oder was die krassesten Weltrekorde im Fußball sind, dann klickt hier in die Endcard. Dort könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Das war's in dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.